Freunde, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video zum neuen GTA Online-Bottom-Dollar-Bounties-Update vor und weg. Ich glaube, ich werde krank, ich höre mich so ein bisschen kratzig an, wäre scheiße, wenn es so ist, aber ey, was willst du machen? Denn im heutigen Video soll es auf jeden Fall mal um die neue Event-Woche gehen. Diese erschien zwar schon am Dienstag zusammen mit dem neuen DLC, aber weil es vorher einfach noch so enorm viel Wichtiges zu berichten gab, kam ich erst heute dazu, sie hochzuladen, aber das trifft sich eigentlich ganz gut, denn Donnerstag ist ja immer der Tag, wo die meisten Leute sowieso die Event-Woche-Videos erwarten. Mittlerweile habe ich auch schon fünf Videos zu dem neuen Update gemacht, am gestrigen Tag alleine drei Stück, aber den geplanten Update-Livestream von gestern Abend um 20.15 Uhr, den habe ich spontan absagen müssen, weil ich nach einem komplett durchgearbeiteten Tag mit fünf Stunden Schlaf-Kopfschmerzen hatte und dann nicht wie gewohnt die Energie und gute Laune gehabt hätte, die man von mir kennt. Also, stellt euch gerne einen Wecker auf heute Abend, am Donnerstag um 20.15 Uhr. Wenn die Erkältung nicht schlimmer wird, werde ich auf jeden Fall dort einen Tuning-kräften-Livestream mit euch machen, mit den Update-Fahrzeugen. Jeder, der auf der PlayStation 5 spielt und in meiner Crew ist, kann mitmachen. Link zu Crew und zu Twitch unten in der Beschreibung. Jetzt würde ich aber auch sagen, Video geht los, viel Spaß dabei! So, und zu Beginn kommen wir mal zum neuen Fahrzeug im Casino, denn hier auf dem Podium steht der D-Class Tulip M100 und das ist ein Muscle-Kerr aus dem Los Santos Rockwars-Update von Weihnachten 2022. Normalerweise zahlt ihr für den 1,65 Millionen Dollar, aber aktuell müsst ihr ja nur das Glücksrand drehen und bekommt ihn dann for free, wenn ihr ein bisschen Glück habt. In echt basiert dieser Tulip M100 übrigens auf einem 1980er Chevrolet Malibu Coupé und er bietet auch einige coole Details und Anspielungen an andere GTA-Teile und Autos aus dem echten Leben. So stand das Hot-Wing-Throwback-Design zum Beispiel fast 1 zu 1 aus GTA Vice City und das M100-Streifendesign basiert auf dem M80-Sportpaket des Chevrolet Malibu und die anderen Anspielungen siehst du gerade im Hintergrund. Tune kann man an ihm recht viel, das ist richtig nice und es gibt auch ein paar einzigartige Dinge zu tune. Und den folgenden Punkt interessieren zwar heute leider nur noch die wenigsten, aber es gibt das Donut-Time-Design, was mit einer schwarzen Primärlackierung ziemlich viel Ähnlichkeit mit einem Polizeiauto hat. Im Winter 2022 war das wirklich was Cooles, weil es zu diesem Zeitpunkt noch ein ganzes Jahr dauerte, bis die ersten Polizeiautos erschienen sind. Außerdem gibt es 16 ganze Design-Stremen, da sollte für jeden was dabei sein. Performance-Technisch kann man sagen, dass er für einen Muscle-Car leider nicht die beste Beschleunigung hat und auch das Handling ist nicht enorm gut. Allerdings ist dieser Wagen auch eher was fürs Auge als für die Rennstrecke. Wenn euch der Wagen also anspricht, probiert ihn gerne mal im Casino zu drehen. Weiter geht's dann im LSK-Meet, denn hier steht als Preisfahrzeug der legendäre Bravado Gauntlet Hellfire. Auch er ist wieder ein Muscle-Car mit einem günstigen Preis von 745.000 Dollar. Und falls es euch übrigens gefällt, könnt ihr euch auf GTA 6 freuen, denn schon im ersten Trailer konnte man ihn darin sehen. In echt basiert auf einem 2018er Dodge Challenger SRT Demon oder Demon. Wie beim Casino-Fahrzeug sind auch hier wieder einige Designs Anspielungen ans echte Leben. Das Raceway Hero Design hat zum Beispiel Ähnlichkeit mit einem Design aus Gran Turismo 5 für ein ganz ähnliches Fahrzeug. Die anderen Anspielungen siehst du aber auch gerade wieder im Hintergrund. Performance-Technisch kann man hier aber definitiv Besseres berichten als beim Tulip M100. Er hat eine supergute Beschleunigung, eine enorm hohe Höchstgeschwindigkeit. Nur leider bricht der Wagen bei geringeren Geschwindigkeiten gerne mal aus, also lieber mit 100 Sachen 80 durch die Innenstadtbrettern, da passiert da nichts bei. Tune kann man auch einiges sowie 12 verschiedene Designs auswählen. Was müsst ihr jetzt machen, um den Wagen kostenlos zu bekommen? Ihr müsst zwei Tage lang in Folge auf Platz 1 der LSK-Meet-Serie kommen. So, bevor wir jetzt weitermachen, noch eben zwei wichtige Hinweise, die ich in den letzten Videos leider nicht angesprochen habe oder falsch angesprochen habe. Und die waren dann auch nicht groß genug, um ein eigenes Video drüber zu machen. Aber ich wollte sie gerne klarstellen, deswegen baue ich das jetzt hier ein. Bei meinem Video Alle geheimen Fahrzeuge aus dem Drillfeed habe ich ja den Karnis Kastigator gezeigt, der später mal 1,65 Millionen Dollar kosten wird. Im Video sagte ich, dass man den noch nicht bekommen kann, aber das stimmt so tatsächlich nicht. PS5 und Xbox Series Spieler können sich nämlich über den Karrierefortschritt freischalten, denn es ist die Belohnung von Stufe 4. Und um das zu erreichen, muss man auch eine ganze Menge tun, das ist nicht an einem Wochenende erledigt, denn ihr müsst insgesamt 10 Platinauszeichnungen bei dem Update freischalten, dann 24 Zielpersonen lebendig ergreifen, insgesamt 1 Million Dollar durch die Mitarbeiter im Save verdienen, was Ewigkeiten dauert, und 5 Millionen mit dem Verhaften oder Ausschalten von Zielpersonen verdienen. Und zweitens, ihr hattet ja Save auch schon an der Kopfgeldjagd, wo man nach Palito Bay fahren musste. Wenn man die Mission startet, steht ja auch der langsame Agentur-Van neben einem, und ich dachte jetzt, man muss mit dem langsamen Van bis zum Ziel fahren und dann dort das Ziel schnappen, aber nein, ihr könnt auch einfach mit einem Jet oder Helikopter oder einem anderen, schnelleren Auto anreisen. Und beim Flüchtigen angekommen, braucht ihr nichtmals den Van über das Interaktionsmenü anzufordern, sondern könnt einfach direkt die Mission spielen, und sobald man den Flüchtenden in Handschellen legt, spawnt der Van neben einen und man packt ihn hinten rein. So spart ihr euch zumindest den Hinweg mit dem langsamen Van, den Rückweg muss man leider trotzdem mit ihm fahren. Okay, jetzt zurück zur Eventwoche. Die neuen Testfahrzeuge sind der Vapid FMJ, der Vapid P.O.D. Gasser und der Dinka Jester als Rennversion. All diese Autos sind übrigens aus dem Internet entfernt worden, wenn ihr euch sie also kaufen wollt, macht das gerne im Alice-K-Meet. Und PS5 und Xbox Series Spieler können dann derweil noch den neuen Anis Euros X32 mit HSW ausprobieren. Das ist vielleicht eine ganz schlaue Sache, bevor ihr da das ganze Geld für ausgebt, einfach mal den Wagen mit HSW kostenlos ausprobieren. Weiter geht's dann in den Autohäusern. Im Luxury-Auto-Store steht die neue Invetero Coquette D1 und der neue Übermacht Niorbe, besser bekannt als BMW i8. Und bei Stimeon stehen dann der Enus Paragon S, besser bekannt als Bentley Betour, und die Invetero Coquette Blackfin, der Lampadati Furore GT, der Enus Cognoscenti Cabrio und der Pegassi Fagio Sport. Und das sind auch alles entfernte Fahrzeuge aus dem Internet, die man sich jetzt wieder kaufen kann. Besonders der Fagio Sport ist sehr lustig, weil es da enorm viele Tuning-Optionen für gibt. Ist ein bisschen so an Top Gear angelehnt. Okay, kommen wir jetzt mal zu den Möglichkeiten, wie man diese Woche viel Geld verdienen kann. Und das ist ultra peinlich, denn es gibt doppeltes Geld in der Pay-Off, den Gegner-Modus Cross the Line. Mehr Angebote gibt's leider nicht. Wirklich gar nichts. Immerhin ist der Modus aber ganz lustig. Es gibt zwei Teams, beide Teams spawnen hinter einer Linie. Und Ziel ist es, mit allen Leuten aus einem Team hinter die Linie des Gegnerteams zu kommen. Erinnert irgendwie entfernt an Fischer Fischer, wie tief ist das Wasser aus der Grundschule im Sportunterricht. Wer diese Eventwoche jetzt übrigens sechs Kopfgeldjagden abschließt, bekommt 100.000 Dollar geschenkt. Was ziemlich cool ist, bekommt man aber leider nur einmal. Und die neuen Schrottplatzfahrzeuge sind dann folgende. Beim McTowny-Raub gibt's den Dinka Kanjo SJ, beim Gangbanger-Raub gibt's den D-Class Drift Josemite und beim Podiums-Raub gibt's den Lampadati Corsita. Keines der Fahrzeuge ist jedoch abspeicherbar. Hier noch der perfekte Moment, um das mal anzusprechen. Es wurde jetzt nämlich endlich der Fehler im Schrottplatz behoben, dass man, wenn man sich ein Auto mit Spezialnummernschild abgespeichert hat, was man geklaut hat, dieses Spezialnummernschild nach ein paar Tagen wieder verschwunden ist und gegen ein weißes ersetzt wurde. Das ist enorm ärgerlich gewesen, weil diese Nummernschilder, die die Fahrzeuge aus den Fahrzeugräuben hatten, echt sehr selten und ziemlich oft wirklich schick gewesen sind. Aber mit dem Update wurde das jetzt behoben und Rockstar Games hat das Ganze auch in die Patch Notes geschrieben. Das heißt, wenn es in einer zukünftigen Eventwoche wieder zum Beispiel das Las Venturas oder auch Alice Panic-Nummernschild zu klauen gibt, mit einem Fahrzeug da dran, dann wird das nicht mehr verschwinden und für immer euch gehören. Außerdem wurde ein Fehler im Schrottplatz behoben, der dafür verantwortlich war, dass euer Abschleppwagen nicht im Schrottplatz gespawnt ist, sondern er weg war. Und außerdem wurde noch ein Fehler behoben, der dafür gesorgt hat, dass sie nach Fahrzeugräuben auf einmal fremde Autos in eurem Schrottplatz abstehen haben. Wenn euch alle anderen und teilweise gute und schlechte Änderungen interessieren, guckt gerne mein Video zu allen Änderungen hier oben rechts an. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die neuen Rabatte und die sind leider genauso peinlich wie die Geldverdien-Möglichkeiten. Es gibt 30% Rabatt auf die Coquette Blackfin, die kostet noch 486.000 Dollar und 30% Rabatt auf den Vapet FMJ und der kostet noch 1,225 Millionen Dollar. Aber ganz wichtig, die Autos gibt es leider nicht im Internet. Der Rabatt gilt also nur, wenn die Blackfin von Simeons Autos kauft und den FMJ im LSK-Meet bei den Testfahrzeugen. Gut Freunde, das war's jetzt aber auch alles in einem mit der neuen Eventwoche. Wenn ihr jetzt sagt, boah, die war aber scheiße, stimme ich euch zu. Aber in den meisten Fällen ist die Eventwoche, die mit dem neuen Update erscheint, meistens Mist, da das Hauptaugenmerk ja auf dem neuen DLC liegen soll und nicht auf der Eventwoche. Nächste Woche Donnerstag wird dann besseres Zeug erscheinen, das kann ich euch schon mal versprechen. Unter anderem das neue Independence Day Event und der Pippi Strello für alle Spieler. Wenn ihr jetzt das Video weitergeholfen habt, teilt es gerne mit deinen Freunden und Kollegen. Ich mache mir jetzt einen Warenkakao mit Honig und ciao. Ciao.